Willkommen zurück liebe Freunde zu einer neuen Runde GTA Online mit dem Mipsen, dem Kami, dem ACCR-Code, dem Pokagott und dem Jones. Grüß euch und mir, dem Mr. Sick. Ich geh erstmal auf Kites, weil auf mich gewettet wurde. So, letztes Rennen der Playlist, der Offroad-Strecken. Ja, ich dreh mich erstmal und dann fahr mal rein. Wir fahren alle den Pfiff da, diesmal auch der Jones. Ja. Ja. Hey. Ja, komm, rat mich jetzt der Nächste noch weg, oder? Nö, nö, ich fahr einfach vorbei, ich heiße nicht Mipo. Ah, ich bin schon von hinten. Du meinst, du bist nicht so breit wie Mipo? Ja, das ist auch. Was ist? Nichts. 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 Alles gut. Wir wollen mir noch schnell die Bank ausrauben. Mhm. Stimmt, sie kommt ja auch hier gleich, ne? Ja. Ja. Aber ich krieg alles. Ich krieg euch ein stinke Finger von hinten. Sieht zwar keiner, ist mir aber egal. Okay. Kari wieder so aggressiv, Alter. So Kenntnis genommen, würde ich sagen. Ab. Ab. Kennt ihr den Film Menschenhasser? Nee. Wie heißt damit die Hauptrolle? Wie heißt damit die Hauptrolle? Was hier doch in meinem Leben? Ja. Wahrscheinlich. Oder hieß der Anti-Mensch? Hast beides. Was war das nochmal? Ab. Ich hab dir sogar geholfen. Das ist ein deutscher Film. Ja. Der war auch lustig. Den haben wir aus dem Weg, ja. Fahr den Berg hoch. Piss. Oh Mann. Willst du nicht langsam? Oh du fette Sau. Beweg dich! Danke. Bitte. Hat er sich eigentlich. Teamwork. Ernsthaft geht's, Alter? Und? Ja, ich rutsche halt gerade wieder runter. Das ist mir auch passiert. Weil du mich angerahmt hast. Ja, ne. Ist klar. Haschle. Haschle angerahmt. Ich zeig den Fingestinger. 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 Zeig dir mal den Fingestinger. Ich zeig dir den Stingestinger von vorne, ok? Auch wenn er's da hinten steht. Fingestinger. Fingestinger. Ich zeig dir mal Finger Finger. Fingestinger, meine ich. Fingestinger. Hey du hässliche Bitch. So hättest du mich wieder festgekarrt, Alter. Ich meine in dem Fall stimmt's ja mit der hässliche Bitch. In welchem Fall würde es denn nicht stimmen? Ne. Ey, das ist dieser Holländer, ne? Gib dem Typen mal Gras, weißt du? Bleck, 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 bleck. Nein, lecker, lecker, lecker. Ich mach so mag. Bei Mipu merkt man auch so richtig, der ist so werbungsgeschädigt. Ja, bleck, 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 bleck. Wer ist zweiter? Deine Mutter. Wieso bin ich jetzt tot, sick? Kannst du mir das sagen? Du scheiße Mist. Wollen wir da komplett rüberkommen? Alter, ne Frage. Ach, Alter. Ey, wieso häng ich hier auf dem Stein, wenn ich... Alter! Boca! Boca! Du Fotze! Alter, du kommst ja mit dem Auto nicht so über die Steine, ne? Lass es doch, fahr doch nicht über die Steine. Aber ich möchte gerne in meinem Leben weiterkommen. Du musst rückwärts durchs Wasser fahren. Wieso sterbe ich denn hier? Du sollst klein bist. Nein! Verdammte Angst. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe es nicht. Fäng ich fest. Weiß. Pritz, sterbe ich oder was? Merkst du was? Nee. Nein. Da war ich wieder zu spüren. Verdammt schwer hier, um dem Eck da rumzukommen. Lebst du noch, Kami? Oh, 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 oh. Ich muss noch fragen. Nicht, dass du schon wieder eine Litsche gegessen hast oder so. Das weiß ich nicht. War Sig schon einmal nett? Martin Jones? Wie, Alter? Ey, was habe ich jetzt gemacht? Ja, du hast mich in so eine Ritze gekickt. Der Jones ist halt freundlich, der hofft, wenn du so wenigstens einmal neben eine Ritze kriegst. Oh, 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 oh. Ey. Hey. Ay, hier seid ja echt alle, der? Ich bin halt nicht mal ansonsten, weil sie im Wasser und sterben irgendwie. Ja, das ist mir ja jetzt auch schon ein paar mal passiert Willst du denn an dieser scheiß Ecke da durchkommen, Alter? Fahr raus Alter Waden, Jones, geh weg Voll Nacke Jones Na, die ist sick, Alter Ja, jetzt ob ich hinter Kropfen bin Fuck! Mann, ist das... Ey, du bist so ein scheiß Drecksfinger, Alter Ey, ohne dich hättest du halt geschafft Ja, wahrscheinlich Geh doch mal weg da Das stinkt sich jeder, der ACC im Leben kennengelernt hat Ey, du bist so ein Fisch Bitte? Das ist schon wieder der Meep Du musst jetzt die Hufenscheiße an Ja, und? Ah, Hauptsache, du kommst nicht raus Verpißt euch! Wie wir alle hier geballt Kami, Alter Jetzt hängt der wieder mit mir An der Ecke hängen, ey Lass doch mal einen nach dem anderen da durchfahren Aber wir müssen ja mal Alle zuerst fahren Ja, das ist normal, wir wollen auch zuerst ankommen Ja Ne Ne, doch Ist nicht jeder so ein Lowlife, Alter Danke Danke Ja, liebe Leute, das war's dann Wir kommen hier nicht weiter Also ich schon Warte Nein 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 Gott sei Dank Nein Nein, 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 nein Das könnte klappen Mit genügend Schwung kommst du da oben drauf Nein, nein, nein Komm schon Ich glaube in dich Nein Alter, das ist doch behindert Ich, Leute, ich komm hier nicht mehr raus Ohne Scheiß Ich steh vor dem Checkpoint und hab mich festgefahren Oh Oh, das Wasser ist wieder gegründet Och, Mann Nein Shit Bitte Och, das Ey, Joan, jetzt wolltest du dich ramben und dann haust du ab Ja, ramben, ich hab' ich Danke Um diese Ecke da draus durchzukommen, ist halt echt Stellenweise ein bisschen Glück Nee, nee Du bist jetzt Nee Nein Nein Nicht ernsthaft jetzt Kami Aber die versuchen es immer noch alle so Ja, Kami, du warst auch kurz davor, ne? Ja, Mann Naja Sick hast du es jetzt an mir geschafft Nein Nein Fick dich nicht so weit nach außen, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Oh, nein Warum sterbe ich denn da sofort? Mann, verpiss dich gerade Nein, alter, sick! Was machst du, alter? Warum? Ich wollte es weg ramben Naja, warum? Oh mein Gott, fahr raus Nein Kommt ihr alle an so einer bestimmten Stelle nicht weiter, oder was? Doch, doch Alter Alter Ich hab's geschafft Ich auch Ey, seid so Ficker, ne? Ich hab Ficker Ja, ich erinnere Spricht dein Neid Alter Alter Kann man wieder ein bisschen mehr Ebb bekommen? Ne Ich hab grad echt schon Schwarz gesehen, nachdem ich direkt am Anfang so hart verpackt hab, ne? Drei Anläufe gebraucht, um überhaupt auf den ersten Berg hoch zu kommen Hure Das sagt man nicht Das macht man Nee, 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 nee Ach nee, nein Spure Bitte nicht Niedrig Wasser Ey, das kann doch nicht sein Oh, scheiße Das Wasser wird immer höher Nee, das wird's wieder niedriger Das wird's niedriger geworden Aber der Tipp war gut, Poker Ja Danke Bitte Ja, warte, ich hau dich nicht weg So, aber Ich geb dir ein bisschen Zeit Hm Nein, nein Es wird nix, es wird nix, es wird nix Komm da hoch und sterb nicht Auf jemanden da einfach nur langsam umfahren muss, ey Aber du stirbst halt auch in Instinct, ne? Na, in Instinct nicht, ne? Nee, sonst schweig geht das überhaupt nicht Mann, Poker, verpiss dich, blöder Kami, warte auf mich Nein, wieso fährt der denn wieder da rein? Na, du Kami, warte auf mich 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 Wie soll man das denn schaffen? Wieso, was kommt da? Gott sei es, Gedanke. Hast du es geschafft? Ja. Oh, das ist so lächerlich. Ja, keine Ahnung. Ich nehme wieder den anderen. Hat es jemand von euch mal noch geschafft? Nee, oder? Ich komme hier immer rum, aber dann komme ich da hinten wieder. Zig, wie sieht es bei dir aus? Ich bin durch. Echt? Ja. Dann bist du mir bald auf den Fersen. Ja. Und auf dem Kahn. Ich hoffe halt gerade nicht, wie man diese Stelle hier überwinden soll. Bei mir steht halt Wasser im Auto und ich sterbe. Ja, ja. Das ist normal, weißt du. Mein Wasserfug. Oh Gott, ich glaube, ich habe es gleich auch geschafft. Oh ja. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass man das mit dem Auto schafft. Ernsthaft, jetzt sterbe ich schon wieder. Ich muss da langsam durch, langsam. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Ist ja wohl noch nicht so weit. War schon viel weiter als du. Nee. Bin vorhin da dran wieder verrenkt. Ich auch. Ich auch. Oh, jetzt aber. Komm, 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 komm. Nicht ernsthaft, Mann. Ihr solltet weiter außen rum fahren. Kannst du hier unmöglich schaffen. Voll nur durch. Hört nicht. Toll. Kami, habe ich dir jetzt etwa geholfen? Also irgendeiner hat mich gerade gerammt und ich bin jetzt durch. Das war ich. Danke. Und ich liege jetzt auf dem Kopf. Passt schon. Danke. Immer wieder ger. Weiß, wohin du hast Geld gezahlt. Ich bin übrigens auch durch. Alter, hol du nicht um. Na, endlich. Und jetzt war das Runde 1 von 2. Nenn er jetzt auch nur Punkt zu Punkt verzentern. Das war ein Witz von Poker. Kami ist nicht so schnell. Och, ich bin mir dabei dem nie so sicher. Och, leck mich, Alter. Gut Spiel. Na, also, der leck mich. War doch easy dadurch. Das Spiel kann nix für deine Unfähigkeit. Ja, ist halt so. Einfach zu schlecht programmiertes Spiel. Ah, eindeutig. Dann bist du einfach falsch programmiert. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber... Dann wird dir wieder lustig. Lustig, glaube ich. Das ist damit klar. Was kommt hin? Fand da lustig. Ach komm, beim allerersten Mal, weißt du? Da war das noch gut. Ja, das ist aber auch so ein Witz. Das ist halt wirklich nur einfach gut. Nein. Das ist wie mit den Wundewitzen, weißt du? Was für Witze? Wundewitze. Ey, du bist so eine Huren. Mutti. Yes? Ey, 250 für einen Mechaniker abgezogen werden, oder was? Ja, ich... 50 bei mir. 75 für Miete. Und 75 für Miete. Genau was. Die haben ja heute zum Glück durch ein paar erste Plätze schon eingefahren. Nein, 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 fahr! Jetzt hast du nochmal Glück gehabt. Wen dreht sich denn da so durch? Haha, ist das geklappt? Leute, dass das geklappt hat, kam... Ähm, Mipu. Ja, ich bin immer noch Mipu. Ey, wir müssen nie in Pfalz lernen. Ne, wir da auch nicht. Genauso wie mein Vater mich immer mit dem Vornamen meines Bruders anspricht. Echt jetzt? Ja, ja. Kriegt er auch nie auf die Reihe. Mein Neppe hat auch so eine ähnliche Krankheit. Immer wenn der einen ansprechen will, eingenommen wir sitzen jetzt beim Abendbrot alle zusammen halt, dann sagt er jeden Namen einzeln durch und der letzte Name ist dann der, den er eigentlich meinte. Okay. Ja, mein Nepp hat so das geile, die geile Fähigkeit, dass er ganz viele tausend Gedanken im Kopf hat und nie den richtigen ausspricht. War das ja der, der auf die Waldorfschule geht? Gehen alle auf der Waldorf. Achso. Fandor lustig. Mit Beispiel. Fandor kenne ich ab und zu ja auch. Ja, war ich auch. Mich? Ja. Was hast du gegen ihn gesagt? Oh, das ist halt wieder aller lustig. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Du musst dich immer von dir auf Andor schieben. Fandor lustig, oder? Hey, Sig, wie seid ihr hier über den Fluss gekommen? Ganz einfach fahren. Oh Gott. Ohne Scheiß jetzt wirklich. Also ich hab da nix. Alter, weißt du, mit dir H&L rede doch keiner. Hättest du viel zu tun. Ich bin der Erste. Glaube ich dir nicht. Ich bin der Erste der Herzen. Das schreibe nur vier, oder was? Ja, ich bin der Erste der Herzen. Hi, Jones. Hi. Wie kommt man? Bisschen. Werden wir gleich raus für dich. Oh, ich hab's geschafft. Ja, ich auch. Aber am zweiten Mal schon. Du musst hier gar nicht so. Mann, jetzt überholt. Der hab ich auch noch. Ja, Jones, das ist mein Job. Ne, ne. Kami ist heute nacheinander ran. Ich hab halt schon geguckt, ob es hier noch irgendeinen anderen Weg gibt. Aber da hinten ist halt die Straße abgesperrt. Mipu, warte doch mal auf mich. Ne, ich seh' ich gar nicht ein. Aber bloß ab da. Okay. Alter. Ah, deine Mutter fährt auch auf den falschen Weg. Ah, nee. Du kannst du gar nicht andersrum. Ey, die Straße bin ich gerade auch schon mal lang gefahren. Ihr seid jetzt alle an der gleichen Stelle? Ja. Wieder? Wieder mal? Mann. Mann! Danke! Ja! Ich wusste, ich bin halt wieder runtergegeben. Alter, da hochzukommen, ne? Hm. Wie das wohl funktioniert? Weil sie stehen halt auf einem Fleck und können halt kein Gas geben. Was ist das für ein Huren-Game, Alter? Zweck hat's wieder geschafft? Nö. Du sterb ich da denn? Ich versteh's halt nicht, Alter. Du kommst bis eigentlich fast ganz oben. Ja, und dann kommt aber die eine Schräger. Wo du's halt nicht schaffst. Da hat das Auto auf einmal einen Rückwärtsgang. Alter, ich geh ein paar Gas und mach die Bremse, oder was? Du kommst da einfach nicht hoch, Alter. Du kommst da einfach nicht hoch, Alter. Du kommst da einfach nicht mit, Alter. Genau. Du kommst Formula nach Gm modeled, echt ganz zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020